Sieht euch da mal rein wie groß das Teil ist, Alter. Das ist der absolute Wahnsinn. Alter, 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 alter. Alter, 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 alter Ganz ehrlich, warte mal, ich komme hier nicht mehr voran. Dreck. So, wir warten, wir müssen erstmal die Hubschrauber unterholen. Vorsatlich. Wir müssen dann aber auf jeden Fall erstmal die Hubschrauber jetzt hier unterholen. So, sehr gut. War mal ein glücklicher Treffer gewesen. Ach herrje. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird, so eine Boeing zu klauen. Also ich hätte gedacht, einen Düsenchat zu klauen ist schwieriger. Aber ich wüsste jetzt nicht, was so eine bessere Variante wäre, als davor fahren und hoffen, dass es anhält. Weil das hat jetzt einmal geklappt halt. Aber wenn die dann, das war echt übel gewesen. Eine kranke Situation, einfach mal dann mitten mit dem Auto drunter unter das Flugzeug gerollt da plötzlich. Und ich hätte gesehen, wie das Auto am Ende aussah. Das war ja nicht mehr feierlich gewesen. Aber das Flugzeug sah noch schlimmer aus. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt noch überhaupt machen muss mit dem Zug. Weil eigentlich für mich klar ist, was passiert. Aber ich probiere es auf jeden Fall noch mal. Ach komm Trevor, Alter. Wirklich. Wir sind hier auf einem Zweihubschrauber, was uncool ist. So, ein Hammer. Okay, äh. Alter. Alter. So, mal sehen wir bis jetzt hinbekommen. Alter, so ein kaputtes Taxi habe ich auch noch nie gesehen. So, rein, los. Scheiß, das ist ein Hubschrauber. Okay, man sieht, ob wir es trotzdem hier irgendwie wegschaffen. Hey Leute, nö, ich habe keinen Bock mehr. Das ist lächerlich, Alter. Wie soll man das bitte schaffen? Das Ding explodiert sozusagen instant. Ich werde es jetzt so machen. Ich fahre jetzt mal Richtung Zuggleis mit dem Taxi und werde einfach mal zwei, drei Laster oder so klauen. Und die dann mal aufs Gleis stellen oder so. Ich glaube, das ist leichter. Weil die Boeing wird sowieso explodieren, Leute. Die Boeing wird doch sowieso explodieren. Ich meine, die explodiert ja schon, wenn da ein, wenn da, wenn da, wenn da so ein Container, wo die Koffer und so gelagert werden, wenn da irgendwie was im Weg ist oder so. Die Dinge halten nichts aus. Tut mir zwar leid, weil ich jetzt gerne jetzt irgendwie geschafft oder so, aber ich, ich, äh, ne, das ist mir zu blöd. Äh, ich kriege es nicht hin und ich meine, das Ding wird sowieso explodieren. Also ich rufe mir jetzt mal ein Taxi hier. Kontakte. Das war eine witzige Idee gewesen. Boeing vs. Zug. Wäre cool gewesen. Geiler Titel. Kann ich jetzt leider nicht mehr bringen. Jetzt heißt es halt, äh, weiß ich nicht. Der Weg ist das Ziel. Irgendwie schon, oder? Ich meine, es waren ja ein paar lustige Sachen dabei gewesen. So, also Taxi erstmal rufen. Dann probiere ich das jetzt wenigstens mal noch aus mit, äh, mit dem Truck oder so. Oder wartet mal, ich habe auch eine andere Idee. Dum, 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 dum. Und zwar müssen wir da mal zum Steinbruch. Im Steinbruch gibt es, glaube ich, hier auch so ein ziemlich großes Fahrzeug. Wartet mal eben. Jetzt probieren wir mal aus. Da gibt es ein größeres Fahrzeug und da können wir ja mal testen, äh, was das so hinkriegt. Wartet mal, ich nehme jetzt einfach das Taxi hier. So, haben wir dir. Ach, das ärgert mich jetzt, das ärgert mich jetzt, äh, weil wir ja schon einmal so ein Ding hatten. Aber letztendlich, äh, ich muss es ja auch erst mal schaffen, dann auf dem Gleisbett zu landen, Leute. Das wird vielleicht gar nicht gehen, ich weiß es nicht. Und dann würde der Zug reinfahren, das Ding würde wahrscheinlich einfach explodieren. Gut, das würde wahrscheinlich nicht passieren. So, wartet mal, äh, ja hier, genau die Dinger meine ich. Äh, vielleicht sollten wir mal mit sowas probieren, hier, das auf dem Gleis zu stellen. Wir haben auch eine Raube. Haben wir nicht noch einen Auftrag hier, eigentlich? Wir hatten nochmal hier diese eine... Also, du stirbst jetzt bitte nicht, ne? Wir hatten nur einmal hier dieses Gespräch mit der Frau vor dem Trailer da. Und, äh, da hieß es doch, wir sollen hier... Ah, davon, ja. So, cool, jetzt habe ich das Kopfgeld von dem hier noch geholt gleich. Oh, well. Fürstigen erledigt Ralf Ostrovski. Cool. Gleich mal von dem Fricks gelöst. Das hätte ich mal noch machen können. Ich wusste halt jetzt mittlerweile, wo der Steinbruch ist. Gehen wir dann mal eine neue Quest an von der? Das wäre echt ganz cool. So, so ein Ding hier wollte ich mir holen. Dum, 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 dum. Davon könnte man auch mal mehrere aufs Gleis stellen. So, fährst du mal los? So, gucken wir mal, Karte. Ei, geil, haben wir gleich ein Gleis. Hier ist auch ein Gleis. Aber hier fahren wahrscheinlich keine Züge. Ne, wahrscheinlich schon. Ich fahr einfach mal hier hin und guck mal. Äh, kommst du hier hoch zufällig mit dem Auto oder muss ich erst hier total stumpf? Das sieht doch gut aus. Okay, auch doch nicht. Scheiße. Machen wir ein bisschen Musik. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber ich glaube, so ein Fahrzeug hatten wir noch nie. Also ich habe, ich glaube, noch nie so mit so einem Ding gefahren. So. Das sind ja auch übelste Mörderteile. Ihr müsst euch mal echt reinziehen. Aber die kann man wahrscheinlich auch nicht pimpen. So ein Ding mal in den Kastenshop reinfahren. Ich weiß es nicht. Wollt ihr nicht mal reinpassen? Deshalb passt er nicht mal in den Kastenshop rein. Das ist ja schon das Problem. So, hier links haben wir jetzt hier haben wir einen Gleis. Aber guck mal hier. Das ist die Stelle, wo wir die Waggons geklaut haben. Ich erinnere mich. Ja gut, da werden wir jetzt hier, wenn keine Züge langfahren. Wir müssen schon auf das Hauptgleis dann. Aber eigentlich können da vorne auch noch einer. Wir können mal versuchen, so zwei, drei Stück nebeneinander zu stellen. Und dann mal gucken, ob der Zug dann anhält. Ich mag es ja zu bezweifeln. Aber man kann es mal ausprobieren. Was würden so ein Teil wiegen hier? Wenn ich gerade nichts zu tun habe, könnte man Wikipedia nachschauen. Ich hatte ja auch nachgeschaut, was so eine Boeing wiegt. Und da stand irgendwas zwischen... Es gab verschiedene Versionen und Varianten natürlich. Und da waren Zahlen zwischen 340 und 400 Tonnen. Aber also was würden das hier wiegen? Nicht mal ansatzweise. Vielleicht 20 Tonnen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keinen Plan. Da ist ein Zug. Können Sie mal probieren jetzt hier. Ja, wir werden einfach zu sehen. Aber der explodiert nicht, ja? Können die Autos nicht normalerweise explodieren? Wartet mal, ich hole mir noch zwei oder so. Und steht jemand nebeneinander. Mal gucken. Also zieht es mal an, wie groß die Dinger sind. Also die wiegen auch ein paar Dutzend Tonnen. Auf jeden Fall. So, wir warten. Da vorne war auf jeden Fall nur eins gewesen. Ja, versuch mal einmal zwei nebeneinander zu stellen. Wir gucken mal, wenn die genauso easy zur Seite geschoben werden, dann brauche ich es noch nicht drei probieren. Dum 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 dum. Ja, verpeilte Folge, Leute. Aber ich mochte die Idee, das mit dem auszuprobieren, mit dem Zugucken, was schweres da vorstellen oder so. Aber ich dachte, hat er in Erinnerung, dass die Autos explodieren? Wenn da was reinfährt. So, hier war doch irgendwo noch einer gewesen, dachte ich. Dann habe ich mir das eingebildet. Da vorne haben wir einen großen Pickup. Aber ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich werde mich einfach mal nehmen und schnell mal zu dem nächsten großen fahren. Mach mal so. Das ist ein kleiner Pickup, oder? Nee, ist das ein großer? Ich weiß es gerade nicht. Wirklich jetzt? Wirklich? Spinnst du? Also mal ganz ehrlich jetzt. Es ist auch keine gute Idee, das mit Trevor zu machen. Hey, das ist ein großer Pickup. Ich biete mir das jetzt mal ein, dass das ein kleiner ist, weil wir eben so ein großes Auto hatten, glaube ich. Das könnte sein. Yeah. Na ja, man hat möglichst keinen Unfall bauen. Sehr gut. So, dann holen wir mal noch so ein Teil. Ich hoffe, die werden gespeichert. Ich hoffe, das ist dann noch da, das Amt, was wir da geparkt haben. So, hier waren ja noch einige gewesen. Hier hätten wir auch eine Raube und so. Ja, ich nehme jetzt einfach... Sag mal, Steinbrücke, warte mal, geht hier online, hat man doch hier schon so ein Motorradrennen gehabt, glaube ich, ne? Ich möchte mich jetzt nicht ganz täuschen. So, dann nehmen wir mal das Ding noch mit. Das ist die 3000, ist das. Ja, zieht euch das immer rein, wie groß das ist. Ey, so mit so einem Teil durch die Stadt fahren, ist vielleicht auch lustig, oder? Mal sehen, was passiert, wenn wir mit dem Pick-Up fahren. Naja, das ist doch scheiße. Ich dachte, wir können drüberfahren damit. Aber vielleicht, die Idee damit, auf dem Highway-Zug rumzufahren, um scheiße zu machen, ist trotzdem irgendwie reizen. Na komm, gib... Das ist doch scheiße. Okay, Leute, ich setze mal einen kleinen Card wiedersehen, und sobald wir das Ding am Gleis haben, und ich hoffe, wir haben dann zwei nebeneinander. Ich hoffe, der andere ist noch da. Bis gleich. Nein, den habe ich doch mal erst reingepackt, oder? So. Wo wir mal noch den zweiten ran. Ich habe keine Ahnung, warum der da vorne ist. Wahrscheinlich hat irgendein Mitarbeiter gedacht, huh, da hat wieder einer gepennt oder so, hat ihn falsch gepackt, und hat ihn jetzt wieder zurechtgestellt oder so. Ich weiß es nicht. Aber hier hatte ich ihn nicht abgesetzt, oder? Habe ich den hier abgesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Den wollen wir auch noch mal ran. Ist ja auch noch ein dritter. Würde mich schon reizt, um die drei von den Teilen zu haben. Ah, ne, siehst du, guck mal, der muss denn das wieder hier erst knacken, bevor man losfahren kann. So. Haben jetzt so ein Ding auf der Autobahn, das will ich schon auch witzig. Wollen wir noch einen dritten holen? Ja, ne, zwei reichen. Jetzt weiter muss ich erst wieder zurück, habe ich ja keinen Lust. Ich habe halt, ne, ne, doch, ich hole noch einen dritten, Leute. Ich hoffe, der zweite ist dann, ich hoffe, die zwei stehen dann immer noch so da, hier, wie ich es hingestellt habe. Also, jetzt wieder mal einen kleinen Cut, und es geht dann sofort weiter gleich. Bis gleich. Gleich, gleich. Zieh, das doch mal rein! Jetzt ist schon einer weg wieder. Was soll denn die Scheiße? So ein Mist. Ich habe jetzt keinen Cut gesetzt, oder so. Ich habe das jetzt einfach laufen lassen. Ich habe nochmal zugeschaut, und bam, einer ist weg. Das ist doch bescheuert. Das ist wirklich bescheuert. Okay, ich, 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 da jetzt so einbringt ja nichts, weil dann ist der andere wieder weg. Wahrscheinlich. Was ist man da hinten? Egal, ich fahre jetzt einfach mal rum und fahre gegen den Zug rein, oder so. Ich weiß es nicht. Aber das nervt mich jetzt irgendwie. Das funktioniert ja eben heute irgendwie überhaupt nichts. Irgendwann ultra nervig. Wir können jetzt mal bitte in den Zug kommen. Da kommt ein Zug. So, dann schauen wir mal. Na ja, ich würde noch ein bisschen mehr auf das Gleis hier drauf. So. Wenn ich, wenn ich schneller fahre, dann kann der mich da eigentlich, wartet mal, wenn ich so mache hier. So. Der drückt mich einfach, der drückt mich einfach nach vorne. Aber das ist doch geil. Das ist doch eine übelst geile Methode, um Sprit zu sparen, Leute. Ich gebe kein Gas hier. Das ist doch super cool. Um Benzinkosten ein bisschen zu reduzieren. Komm, Leute, wir fahren mal nach Los Santos hier. Alter, der wird halt nicht anders als ein Langsamer oder so. Okay, jetzt hat er uns. Okay. Kann man nicht, also den klingt immer nicht gestoppt. Schaffe ich es denn irgendwie auf den Zug, wenn ich gerne mal draufkomme? Haben wir denn hier unten irgendwo eine Brücke oder so? Au! Alter. Was ist denn, wenn wir Haftbomben werden? Scheiße, zu spät. Bis gesunde. Wir haben keine Haftbomben dabei, sehe ich gerade. Scheiße. Na gut, Leute, ja. Hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich wollte alles. Mit der Boeing, wie gesagt, das würde eh keinen Sinn machen. Weil erstens würde ich die nicht gelandet bekommen. Hier auf dem Gleisbett ist mir jetzt so aufgefallen. Zweitens würde die sowieso instant explodieren. Ändert nichts daran, dass ich die zumindest die, so im Sinne des, der Weg ist das Ziel, das ganz lustig fand, wie die Versuche, so ein Ding einzunehmen und wie wir da mit dem Auto ständig dann unter der Boeing gelandet sind. Das war eigentlich ganz cool. Also ich habe zumindest noch nicht so kaputte Autos gesehen. Sie sind hier rechts, was leuchtet denn da so? Lino oder was? Mit den Teilen hier kann man vielleicht auch nochmal irgendwann was mal. Also da einen Zug zu stoppen, kann man so vergessen. Es gibt aber auf jeden Fall eine Variante, den Zug zu stoppen. Ich weiß nicht, ob dein Offline-Modus funktioniert, aber im Online-Modus auf jeden Fall. Aber da will ich mir nicht zu viel verraten, weil das werde ich auf jeden Fall auch nochmal zeigen, irgendwann. So, das ist kein cooler Tor, auf jeden Fall. So, komm, willst du einsteigen? Zieh euch doch mal rein, wie groß das Ding ist. Ey Leute, ich fahr jetzt mal ganz kurz auf dem Highway damit hier. Das muss doch mal sein. So. Auf dem Highway wäre cool, das ist ja so eine normale Landstraße hier, ne? Haben wir noch Granaden? Haben wir ein bisschen Granatball spielen? Oh nein, ich habe keine Granaten mehr. Ist das ja ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Sieht euch doch mal rein, wie groß das Teil ist, Alter. Das ist der absolute Wahnsinn. Oh, toll, jetzt so die Polizei. Wow. Okay. Na ja, gut, dann haben wir doch noch irgendwie in irgendeiner Form ein spektakuläres Ende gehabt. Ich glaube, ich werde mit dem Teil nochmal irgendwas machen, weil ich die Dinger witzig finde. Und die sind auch leicht zu bekommen. In diesem Sinne hoffe ich es trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Ich werde wahrscheinlich jetzt nicht den Titel mehr wie neben Boeing vs. Zug, das war eigentlich nicht. Das war eigentlich mein Plan gewesen. Sondern jetzt heißt die Folge, der Weg ist das Ziel. Ja, das passt irgendwie. Aber wie gesagt, ich fand, da waren ein paar lustige Sachen dabei. Ich hatte auf jeden Fall Spaß gehabt. Und dann hoffe ich auch, dass ihr auch Spaß hattet. Und Maute hat uns geschrieben, oh, wir sollen den zu ihr bringen. Na ja, egal. Gucken wir dann einfach vielleicht mal nächste Folge, was er da geschrieben hat. Einfach mal schauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge auch wieder dabei seid. Und die Amok-Panzer-Folge und so, die lässt auch nicht mehr so ewig auf sich warten. Aber letztendlich würde ich das dann vielleicht am liebsten als großes Finale dann machen, der Serie oder so. Das würde am meisten Sinn ergeben. Ich überlege es mir mal nochmal gucken. Wir machen es auf jeden Fall hundertprozentig, das verspreche ich. In diesem Sinne, haut rein. Tschöö. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.